Musik Hey, ich bin's Marjorie. Ich bin zurück mit einem neuen Haul für euch. Diesmal wird es ein Zara Haul. Ich habe mir nämlich einiges bestellt. Genau, die Verpackung sieht, finde ich, ziemlich klein aus, aber ich habe sehr viel eingekauft. Und das werde ich euch heute zeigen. Ja, fangen wir einfach direkt mit dem Video. Also, das hier ist mein erstes Outfit. Das ist ein Basic-Kleid von Zara. Der hat mir 9,95 Euro gekostet. Ich habe ihn in S genommen und ich finde, dass dieses Kleid auch sehr gut an mir sitzt. Ich finde nur, dass man ein wenig hindurchschauen kann. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich habe schon so das Gefühl, aber keine Ahnung. Ich denke mal, man kann halt eine andere Unterhose anziehen. Dann sieht man es halt auch kaum. Die, die einen etwas dickeren Bauch haben, es tut mir leid, aber man wird auf jeden Fall euren Bauch sehen, weil meinen Bauch sieht man auch. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich mag meinen Bauch. Aber so an sich finde ich das Kleid sehr schön. Ich würde dieses Kleid mit diesen Zara-Panteletten kombinieren. Diesen hier, die haben 29,95 Euro gekostet und ich finde die sehr, sehr schön. Zu dem Kleid kann man die sehr gut anziehen. Ich bin kein Taschenmensch, deswegen zeige ich euch heute auch keine Taschen. Jetzt habe ich wieder dasselbe Kleid auch nochmal genommen, aber diesmal halt in Pink. Ich fand die Farbe schön. Ich habe das Kleid nämlich bei einer Influencerin gesehen aus England und das sah richtig schön aus. Die hatte dieses Kleid mit so grünen Sandaletten kombiniert und ich fand es halt richtig schön. Deswegen habe ich ihn mir auch genommen. Die Schuhe nicht, aber das Kleid schon. Dieses Kleid würde ich halt auch mit diesen Zara-Panteletten anziehen, die ich vorhin gezeigt hatte. Oder ich würde halt diese Highheels dazu anziehen, Sandaletten. Die habe ich auch von Zara. Ich habe die Schuhe in 38 genommen und ich finde, die Schuhe fallen gut aus. Nur hier oben ist es einfach viel zu weit. Auf jeden Fall würde ich das halt mit diesen Schuhen anziehen. Das ist halt perfekt für draußen, perfekt für den Sommer, für ein Date-Night oder einfach so mit Freunden. Und ich finde es richtig schön. Also ich bin echt begeistert. Und wie gesagt, 9,95 Euro. Ich finde, bei so einem Basic-Kleid kann man wirklich nichts falsch machen. Dann habe ich noch diese zwei Teile genommen. Einmal halt ein Body. Der hat 12,95 Euro gekostet. Und dann noch die passende Hose dazu. Die hat auch 12,95 Euro gekostet. Also beides hat 12,95 Euro gekostet. Und ich habe die Hose in M genommen und mein Body halt in S. Und ich finde, dass ich mein Body auch in XS nehmen könnte. Weil dann wäre es auch viel, viel enger in meiner Haut. Ich finde, das fällt halt etwas weiter aus. Und die Hose an sich fällt gut aus. Ich denke wohl nicht, dass ich das draußen anziehen könnte. Ich habe es mir eigentlich nur gekauft für zu Hause, zum Chillen. Nicht für draußen. Ich finde die Farben schön. Ich finde dieses Rosa und dann noch dieses Rosa-Pink. Ich finde, es hat einfach was Barbie-haftes. Und ich finde es schön. Ich habe es halt so kombiniert wie das Mädchen in der Zara-App. Deswegen habe ich das genommen. So schaut es von vorne aus. So schaut es von hinten aus. Hier dieses lange Kleid hier genommen. Auch von Zara. Es geht halt bis zu meinen Füßen. Ich habe das Kleid genommen eigentlich so zum Chillen. Ich weiß wohl nicht, ob ich das behalten werde. Weil ich finde das ein wenig langweilig. Ich habe es jetzt in S genommen. Und ich glaube, es hat 19,95 Euro gekostet. Ich bin mir wohl da nicht so sicher. Aber ich denke eher schon. Und das ist halt grau. Und ich würde das halt mit ganz normalen Panteletten kombinieren. Und ja, es ist halt sehr schlicht. Ganz normal. Von hinten schaut es so aus. Von der Seite so. Ich finde es schön. Aber ich finde es einfach nur langweilig. Deswegen muss ich es mir wirklich überlegen, ob ich das wirklich behalten möchte oder auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß noch nicht. Mal sehen. Ich finde das richtig schön. Also ich habe beides in S genommen. Die Hose hat 12,95 Euro gekostet. Und das Oberteil hat 9,95 Euro gekostet. Und ich habe es genommen, weil ich momentan halt Babyblau sehr gerne habe. Also ich mag die Farbe. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das auch wirklich draußen anziehen könnte. Weil das einfach so körperbetont ist. Aber vielleicht. Mal sehen. Ich finde es auf jeden Fall schöner als das rosaner. Weil ich mich halt hier drin viel, viel wohler fühle. Ich denke mal, dass man das aber auch zum Sport anziehen könnte. Oder nicht? Was sagt ihr? Ich denke schon. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Die Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. So schaut es von vorne aus. So schaut es von hinten aus. Das ist halt eine Radlerhose. Das ist eine High-Waist-Hose. Man sieht zwar meinen Bauch, aber wie gesagt, ich habe kein Problem mit meinem dicken Bauch. Ist halt so, ne? Muss halt Sport machen. Wie gesagt, dieses Kleid finde ich richtig schön. Aber das Problem ist einfach, dass dieses Kleid mir viel zu klein ist. Ich habe es in S genommen. Ich habe gedacht, dass es halt ein etwas weiteres Kleid ist. Aber leider nicht. Ich werde mir das Kleid auf jeden Fall nochmal bestellen. Und diesmal halt den M, weil das ist einfach viel zu knapp. Das geht einfach nicht. Man sieht es einfach, dass es zu klein ist. Mega schade, weil es hätte mir sehr gut gefallen. Ich denke mal, es hat 39 Euro gekostet. Aber ich bin mir nicht so sicher. Vorne schaut es halt so aus. Und von hinten halt so. Aber ich werde es mir auf jeden Fall nochmal bestellen. Und dann diesmal in der richtigen Größe entschieden. Einmal habe ich hier so eine Radlerhose. Und dann habe ich halt ein passendes T-Shirt dazu gekauft. Ich fand, dass beide Farben sehr gut zusammengepasst haben. Und ich finde, für den Sommer ist das auch sehr optimal. Die Hose hat 15,95 Euro gekostet. Und ich finde das mega teuer. Weil, warum nehmen die für eine Radlerhose so viel Geld? Und ich hatte Schwierigkeiten da reinzukommen. Ich habe es in S genommen und ich hatte voll die Probleme. Aber es passt. Nur halt beim Reinkommen hatte ich halt sehr starke Probleme. Also das hat mir 9,95 Euro gekostet. Und ich habe es in L genommen, damit es auch wirklich Oversize ist. Und ich finde es schön. Schöne rosa Farbe. Perfekt für den Sommer. Dazu würde ich, je nachdem, entweder halt komplett andere Sandalen anziehen. Oder Pantoletten. Oder halt Sneakers. Je nachdem, was so mein Mood ist. Aber ich finde es auf jeden Fall richtig schön. Ich habe dasselbe auch noch in Gelb genommen. Und das werde ich euch jetzt auch... Das ist jetzt dasselbe Outfit, nur in Gelb. Und bei dieser Hose hatte ich jetzt keine Schwierigkeiten. Obwohl das eigentlich dieselbe Hose ist. Aber hier konnte ich ohne Probleme rein. Mir fällt irgendwie das Gelbe viel, viel besser als das Pinke. Ich glaube, das Pinke ist einfach viel zu aggressiv. Also die Farbe ist einfach viel zu stark. Und bei dieser Farbe kriegt man keine Augenschmerzen. Deswegen denke ich mal, dass ich das hier behalten werde. Und das andere zurückschicken werde. Wie gesagt, das hat auch 9,95 Euro gekostet. Ich habe das hier auch in L genommen. Und die Radler Hose halt in S. Und man kann wohl hindurchschauen, wenn man so wirklich im Licht ist. Das ist total blöd, aber dafür habe ich ja das hier. Ja, die zwei Basic Tops genommen. Also Bodies genommen. Auch von Zara. Die werde ich aber jetzt nicht extra anziehen. Ja, die würde ich halt mit Shorts anziehen. Shorts oder Rücken. Je nachdem, wie mein Mood gerade ist. Die haben beide 7,95 Euro gekostet. Und ich finde die auch richtig schön. Aber halt sehr, sehr simpel. Deswegen brauche ich die noch nicht anzuzählen. Das war es dann auch von meinem Video. Ich hoffe, dass euch mein Haul gefallen hat. Das war mein zweiter Zara Haul. Ich habe da schon mal eins gedreht. Das könnt ihr euch ja auch gerne anschauen. Wie gesagt, die Klamotten sind alle aktuell. Ich würde wirklich versuchen, alle Klamotten unten reinzumarkieren, reinzuschreiben für euch. Und ja, vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, einen Daumen nach oben zu hinterlassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020